Ach doch, liebes bisschen Ballisten. Meist gehasste Einheit von Isengard für mich. Sie halten zum Glück überhaupt nichts aus. Tja, das hat sich schon mal gelohnt. Vier Ballisten mit denen kaputt zu machen ist mehr als man erwarten kann. Haltet eure Bögen bereit! Schaut euch um mich, meine Freunde! Männer Rohans! Sie dürfen die Leiter nicht aufstellen! Vernichtet die Träger! Ich werde nicht im Lager warten! Ich werde kämpfen! Ich trage das Banner Rohans! Ich trage das Banner Rohans! Führen sie dann auch eine Mine irgendwo? Oder ist die echt jetzt hier glücklicherweise schon explodiert? Ah, da! Zwei auf einmal! Ah, die Explosion von der einen noch die zweite mitgerissen! So eine Mine-Explosion reicht, um den Ball auf einen Schlag kaputt zu machen. Es reißt auch jeden Helden um. Das Land ist dieser Tage gefährlich. Hier entlang! Das ist dein Ende! Das ist dein Ende! Hier entlang! Und dass die Ballisten hier ein bisschen ins Leere schießen. Sie greifen an! Seid bereit, Bogenschützen! Immer weiter! Bereit! Zielt auf ihre Herzen! Ähnende Bestie! Er wird die Sonne nie wiedersehen. Folgt mir! Überlasst ihn mir! Ein Glück, dass die Ballisten hier gerade nichts treffen. Außer den Torbogen. Der kann ruhig geputzt werden, da passiert nichts. Schützt dieses Land! Ihr Angriff ist gestoppt! Vorwärts! Für Rohan! Wir müssen wachsam bleiben. Der Feind ist unter uns, Männer! Haltet ein! Es könnten Orks in der Nähe sein. Äh. Wir werden unseren Mut beweisen. Mein Pferd wird mich tragen. Sie sind überall! Wir werden den Pferd hierher! Los! Zurück! Fahrgabend! Führt die Pferde hierher! Führt die Pferde hierher! Zum Angriff! Ich werde dieses Übel vernichten! Reitet! Sie greifen an! Reitet! Reitet! Führt die Pferde hierher! Reitet! Ich muss zu Fuß reiten! Der Feind ist da! Sie haben angegriffen! Zahlen Sie krass! Wir müssen wachsam bleiben. Achtung! Mut! Mut für unsere Freunde! Seid wachsam! Kein Ort ist sicher! Elende Bestie! Wir müssen diesem Übel trotten! Da können wir doch unsere Rohchirem nochmal rufen. Entschuldigt, dass ich hier gerade ein bisschen schweigsam bin. Ich bin hier nur gerade im Überlegen, wie ich das Ganze hier noch beende. Tja, meint sie! Holt eure Seite sie nieder! Wirst keinen am Leben! Nieder mit euch, ihr Bestien! Naja, das wird wahrscheinlich die einfachste jungen Ewigkeit. Das Land muss befreit werden! Wir werden siegen! Wir müssen bereit sein! Unser Land! Wir sind angegriffen! Wir reiten! Wir brauchen alle ein Schwert! Reiter Rohans! Wir reiten mit wenig Last und schnell! Wir greifen an! Dies möge die Stunde sein, da wir gemeinsam Schwert erziehen! Für Rohan! Reiter! Reiter! Los, los! Reiter die Olingas! Vernichtet die Armee Saruman! Verteidigt dieses Land! Reiter der Wagen! Wir müssen bereit sein! Flieg, Schattenfeld! Flieg, Schattenfeld! Geht jetzt! Geht sie wieder! Lasst uns gemeinsam Schwert erziehen! So, jetzt können die mal was erleben hier! Da sind noch mehr! Zieht euch zurück! Dies ist unsere Stunde! Haltet die Augen offen! Vorwärts! Das einzige, was ich jetzt noch beachten muss, ist eigentlich, dass Gandalf noch Level 8 werden muss. Äh, Level 7 meine ich. Und das dürfte sich eigentlich machen lassen. Habt keine Angst! Schlagt rasch zu! Für dich ist in dieser Welt kein Platz! Attacke! Sie haben angegriffen! Wer sagt's denn? Wir haben den Feind an mich. Wir dürfen nicht versagen! Wenn Eomir jetzt nicht aufsteigt, wäre es auch nicht so schlimm. Lasst uns rausjagen! Folgt mir! Unsere Gruppen werden angegriffen! Wir müssen bereit sein! Sie greifen das Schlager an! Kennt kein Erwarmen! Zeigt ihnen, was es alles belagert! Wie? Schlager! Schlager! Auf geht's! Bleibt zusammen, Männer! Mit so vielen Helden und zu viel Einheiten ist es kein Problem mehr, die alle zu vernichten. Die Elben werden diesen ruhmreichen Tag besinnen. Damit werde die große Schlacht um Helmsklamm geschlagen. Die Elben werden die Erwärmung geschlagen, die Erwärmung geschlagen. 24 aufgestiegene Einheiten. 30 Kommandos und 2 Spezialfähigkeit. Das war ein ganz schöner Batzen, den wir jetzt da haben. Der Großteil der Armee Isengards wurde vernichtet, doch Saruman und seine verbleibenden Truppen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Ja, und direkt darauf wirkt gleich ein weiteres Event. Wir müssen Isengard vernichten. Einst wurde Isengard, eine uralte Trotzburg Gondors, dem Zauberer Saruman überlassen. Doch dieser missbrauchte das Vertrauen der Menschen und wurde ein Diener Saurons. Ich schau, das geht mir so. Was ist das für Sie? Oh, ich bin so. Ich wurde ein Damm. Befreit den Fluss. Reißt die Mauern Isengards ein, um hinein zu gelangen. Baumbart, wir müssen Isengard zerstören. Das ist die einzige Möglichkeit, unseren Freunden zu helfen. Der letzte Marsch der End nimmt ein gutes Ende. Wir werden nicht zulassen, dass sich die Feuer Isengards ausbreiten, Sir Homer. So, wir haben hier Baumbart, Merry, Pippin und einen ganzen Haufen Mütendeins. Jetzt hab ich ihn. Mütende, du musst jetzt mutig sein. Ihr werdet den heutigen Tag verfluchen. End versus Troy.